Hallo aus dem Haus der Jugend in Wittwich hier. Jeden ersten Freitag im Monat findet hier von 16 bis 18 Uhr das Repaircafé statt und wir reparieren alles, was nicht mehr funktioniert, was getragen werden kann und hauchen hier so alten Dingen neues Leben ein und leisten einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.